Moin Leute, Zeit für eine kleine Nachbetrachtung zum Spiel. HSV gegen Hertha, 3 zu 0 ging es aus. Normalerweise mache ich das ja bei zwei Bundesliga, das gibt es aber sehr selten, oder bei Bundesliga. Da werde ich natürlich meistens von den Kollegen irgendwie abgegrätscht, weil da geht es ja hauptsächlich um Bundesliga und wir spielen ja noch zweite Liga, also kann ich nicht so oft über den HSV reden. Deswegen haben wir in den letzten Wochen oft darüber gesprochen, ey, ich habe Bock das auf dem Kanal zu machen hier bei mir und deswegen mache ich das heute zum ersten Mal. Ich war leider nicht im Stadion, aber ich glaube, wenn ich da gewesen wäre, dann wäre dieses Video nicht zustande gekommen, weil bis ich dann wieder zu Hause bin und so weiter, dann wird das alles nichts. Deswegen schön von zu Hause in aller Ruhe und dann gucken wir mal, wie das läuft. Ich habe natürlich mir einen sehr guten Tag ausgesucht für diese Analyse, denn nicht nur das Ergebnis, sondern auch das Zustandekommen dieses 3 zu 0s war sehr befriedigend, sich das Ganze anzuschauen. Fangen wir vielleicht mal mit den Aufstellungen an. So sind die meinen Mannschaften ins Spiel gegangen. Wir haben den HSV hier mit Teuer Fernandes, das ist sowieso klar gewesen, dann in der Viererkette, das war auch zu erwarten. Van der Bremt, Ramos und Hatsika Tunic in der Innenverteidigung und Muheim Linksverteidiger. Dann kommen wir jetzt zum Mittelfeld. Da gibt es ja eine ganz interessante Konstellation, weil da ein absolutes Luxusproblem beim HSV ist. Und zwar diesmal mit Meffert auf der 6, das ist klar, aber dann auf der 8 mit Reis und Benisch. Und dann haben wir ja auch noch Ferrei und der ist gerade verletzt. Und wenn der nicht verletzt gewesen wäre oder auch in den nächsten Wochen wieder zur Verfügung steht, dann hat Tim Walter auf jeden Fall eine sehr schwierige Aufgabe zu entscheiden, wer bleibt denn überhaupt draußen. Weil Laszlo Benisch in den letzten Wochen absolut überragend, den kannst du nicht rausnehmen. Reis ist der Kapitän, der war eigentlich auch immer unantastbar. Und jetzt hast du aber Ferrei, der auch sehr, sehr stark zu Beginn der Saison gespielt hat. Mal gucken, wie das in den nächsten Wochen weitergeht. Vorne gibt es ein vergleichbares Luxusproblem. Also in der Sturmspitze ist klar, Glatzl spielt immer. Aber dann haben wir diesmal Jatta auf rechts und Dompe auf links. Aber da haben wir natürlich mit Königsdörfer und Öztunadi auch noch mögliche Alternativen, die heute auf der Bank waren. Gucken wir uns mal an, wie Hertha aufgelaufen ist. Bei denen, muss man sagen, ist noch absolutes Personalchaos. Nach dem Abstieg sind diverse Spieler gegangen. Andere sind auf der Payroll noch und sollen den Verein noch verlassen. Lucke Bakio zum Beispiel. Und ich glaube, dieser Kader ist noch längst nicht komplett. So haben sie gespielt. Vorne Tabakovic, der, glaube ich, von Rapid Wien oder so kam. Reze, Richter und Dardai. Clemens und Dardai. Drei Dardai-Brüder, übrigens, spielen in der Mannschaft. Und natürlich der Trainer Pall Dardai. Ich finde es sensationell, ehrlich gesagt. Ich finde es großartig. Duziak, Gächter, Leisner und Kenny. Aber Duziak hat nicht hinten links gespielt. Das stimmt in der Form nicht. Duziak, genauso wie Leisner, ja, ehemaliger HSVer und auch beim HSVer hat Duziak eigentlich nie Linksverteidiger gespielt. Ich glaube, bei St. Pauli davor hat er das ab und zu mal gemacht. Aber beim HSV dann nicht mehr. Und meines Erachtens nach ist er auch kein Linksverteidiger. Aber Berlin hat da eben auch noch eine Lücke. Ich weiß gar nicht, was mit Karpovnik ist. Der wurde jetzt ja gekauft. Der war letzte Saison in Düsseldorf und wurde jetzt dann, ich glaube, bei Brighton oder so, ist er unter Vertrag fest verpflichtet. Von Hertha, der HSV, war da auch wohl dran an dem Spieler. Hat ihn am Ende nicht bekommen, obwohl Twitter, HSV, Twitter schon geschrieben hat. Er war offensichtlich beim Medizincheck. Stellt sich raus, das ist völliger Quatsch gewesen. Aber, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er verletzt ist. Habe jetzt auf die Schnelle nichts gefunden. Jedenfalls, der kann theoretisch auch Linksverteidiger spielen. Weiß nicht, was mit dem ist. Serdar auch verletzt, nehme ich an. Der Suat Serdar ist natürlich eigentlich auch jemand, der gerade im Mittelfeld, denke ich, der Hertha nochmal sehr gut tun würde. Aber der hat auch gefehlt. Gut für den HSV. Das also die Aufstellung, mit denen es dann ins Match gegangen ist. Und im Prinzip lief es von Anfang an aus Sicht des HSV ziemlich gut. Ich muss sagen, so die ersten 15 Minuten hatte ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, okay, Berlin hat die Taktik, die alle Mannschaften haben, oder eine von zwei möglichen Taktiken gegen den HSV ausgewählt. Da gibt es ja das eine, das Hardcore-Pressing, einfach was Karlsruhe auch am zweiten Spieltag gemacht hat. Einfach wirklich intensiv rauf, körperlich, gar nicht zur Entfaltung kommen und direkt vorne irgendwie zu Fehlern zwingen. Und das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist ja, sich irgendwie hinten reinstellen und zu versuchen, Ballverluste zu erzeugen und dann schnell nach vorne, meistens über die Außen. Wo ja in der Vergangenheit dann auch Moritz Haier auf rechts oder Miro Moheim auf links dann auch sowohl von der Geschwindigkeit als auch dann irgendwie vom Stellungsspiel oftmals nicht so in Position waren, dass sie dann die schnellen Konterangriffe der Gegner noch irgendwie verhindern könnten. Da hat es dann immer lichterloh gebrannt. Und ich hatte gedacht, okay, nach den ersten 15 Minuten sah es für mich so aus, dass Berlin eher Letzteres macht. Also sich irgendwie hinten reinstellt, 4-3-3, Viererkette davor, drei defensive Mittelfeldspieler. Und dann gucken, okay, sobald sie irgendwie einen Ballverlust erzwingen, mit Tempo nach vorne und den HSV unsortiert erwischen. Und meistens ist es dann ja auch so, der Gegner kommt, also meistens dann über Außen, wo dann die Außenverteidiger erstmal wieder aufschließen müssen. Und dann musst du mit einem Gegner fertig werden, der im Vollspeed irgendwie auf dich zurennt. Und ich hatte gedacht, okay, das ist so ein bisschen die Taktik, die Berlin auch macht. Und in den ersten 15 Minuten hat das auch ein-, zweimal ganz passabel geklappt im Ansatz, aber wurde dann auch vom HSV gut wegverteidigt. Und dann spätestens, würde ich sagen, nach 15 Minuten war das mit dem Versuchen auch vorbei. Danach hat eigentlich nur noch der HSV gespielt, hat nichts mehr zugelassen da hinten. Und Hertha hat ja weder besonders intensiv verteidigt, noch irgendwie großartig gepresst. Also ehrlich gesagt kam in der ersten Halbzeit dann überhaupt nichts mehr von Hertha. Folgerichtig häuften sich dann auch die Chancen vom HSV. Und wir hatten eigentlich das erste Tor in der 17. Minute. Das war nach einem Fallrückzieher von Meffert. Der klatschte irgendwie gegen die Latte und sprang zurück ins Feld und Glatzl grätschte ihn rein. Leider war aber zuvor bei der Flanke, ich meine es war Meffert, im Abseits, sodass das Tor nach VHR-Überprüfung zurückgenommen wurde, was ein bisschen ärgerlich war. Und dann drei Minuten später in der 20. Minute gab es den ersten Elfmeter. Foul an Glatzl im Strafraum. Und Schiri entscheidete auf Elfmeter. Und zwei Minuten dreißig. Nach dem Elfmeterpfiff. Zwei Minuten dreißig. Rennt er raus, guckt sich das nochmal am Bildschirm an, weil zuvor, ich glaube es war Benesch, den Ball mit der Hand mitgenommen haben soll. Oder ich glaube es war Van der Brempt. Ich glaube es war Van der Brempt. Der den Ball mit dem Arm mitgenommen haben soll. Und ich habe die Zeitlupe gesehen am Fernseher. Und natürlich habe ich HSV-Brille auf und suche natürlich auch nach der Ungerechtigkeit. Und war der Meinung, ey, das kann man jetzt nicht so genau sehen, dass das der Arm war. Das kann auch gut mal hier die Brust gewesen sein. Nichtsdestotrotz wurde dann auf Hand entschieden. Und dann wurde der Elfmeter auch zurückgenommen. Also zwei sehr unglückliche VR-Entscheidungen. Schon in den ersten 20 Minuten. Aber danach war der HSV einfach nur spielbestimmt. Haben das wirklich super gemacht. 32. Minute noch ein absoluter Strich von Miro Mohaim mit seinem schwachen rechten Fuß. Wobei ich überhaupt nicht weiß, ob der einen schwachen Fuß hat. Der schießt mit beiden Beinen doller als vermutlich alle anderen mit ihrem starken. Und bald dann hatten wir das erste Tor. Und zwar war 38. Genau, 38. war das Jatta-Tor. Und ja, das war wunderschön gemacht. Mit links, auch Jatta mit seinem schwachen Fuß und quasi direkt abgenommen und dann von rechts ins linke Eck geschlenzt. Und da habe ich schon gedacht, alles klar, Jatta hat die Kurve gekriegt. Weil der in den letzten Wochen irgendwie so ein Sorgenkind war. Ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Ob das an einer Vertragsverlängerung liegt. Er hat ja einen auslaufenden Vertrag. Und er möchte, glaube ich, so ein bisschen in die Riege der Topverdiener aufsteigen. Keine Ahnung, ob er da einfach schlecht drauf war. Oder ob er irgendwie verletzt war. Oder ob er irgendeinen anderen Kummer hatte. Aber teilweise waren die Auftritte von Jatta auch dann gegen Karlsruhe, als er dann ja auch noch ausgewechselt wurde, nachdem er eingewechselt wurde, waren wirklich sehr besorgniserregend. Da ging gar nichts. Ich hatte in dem Moment das Gefühl, er ist irgendwie verletzt. Aber auch beim Pokalspiel, als er diese beiden Tore gemacht hat, wirkte dann sein Jubel so ein bisschen beleidigt. Wie so eine beleidigte Leberwurst so ein bisschen. Ich weiß wirklich nicht, was los ist. Ich spekuliere einfach nur, dass es eventuell daran liegt, dass er unzufrieden ist mit dem Fortgang der Vertragsverhandlungen. Aber heute hat er mir ausgesprochen gut gefallen. War für mich einer der besten Spieler auf dem Feld. Und zwar nicht nur wegen des Tores, sondern auch, weil er wieder der alte Bakkeri war. Er hat irgendwie geackert. Er hat ja auch im Pokal bei den Toren den Ball immer schön wegstibitzt und hat da richtig Lust dran gefunden an der Balleroberung. Das hat er auch heute wieder versucht. War sehr giftig. War voll drin im Spiel. Hat auch sonst einige gute Szenen gehabt. Ist auch immer über rechts versucht durchzustarten und anspielbar zu sein über den Flügel. Das hat er echt gut gemacht. Also völlig ausgewechselt. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber das ist auf jeden Fall der Bakkeriata, den wir sehen wollen. Der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat und mit dem 1-0 den wichtigen Dosenöffner auch geliefert hat. Und dann, und jetzt komme ich dazu. Gerade habe ich mich ein bisschen in meinen Notizen hier verloren. 47. Minute war nämlich dann der zweite Elfmeter, der dann auch Bestand hatte. Ein Handelfmeter. Und das war einer der Dardai-Brüder, frag mich nicht welches, wie mit den Daltons, der einen Torschuss geblockt hat mit der Hand hinterm Rücken. Und meiner Meinung nach absolut ein berechtigter Elfmeter, wenn man die Regel zur Anwendung bringt, wie sie nun mal derzeit ist. Weil der Ball wäre aufs Tor gegangen. Er hat seine Körperfläche vergrößert und der Ball ist auch nicht irgendwie vom Rücken abgesprungen oder so, sondern direkt gegen die Hand. Und damit war das für mich ein absolut vertretbarer Handelfmeter. Der Kommentator-Kollege Tusche hat sich ziemlich drüber echauffiert. Will jetzt hier nicht über Kommentatoren lästern oder so, aber das fand ich ein bisschen merkwürdig. Weil ich denke, wenn man sich anschaut, was in der Bundesliga für Handelfmeter gepfiffen werden, dann war das absolut in Ordnung, den zu geben. Tusche war anderer Meinung. Grüße gehen raus. Weiß nicht warum. Und man kann natürlich grundsätzlich drüber sprechen, ob diese Handelfmeter-Regel überhaupt Sinn ergibt. Weil in aller Regel ist die Strafe natürlich zu hart, mit einem Elfmeter sowas zu bestrafen, was irgendwie eine 80-prozentige Torchance ist. Sollte man vielleicht eher darüber nachdenken, die Strafe zu ändern oder so, Strafmaß zu ändern. Aber in dem Fall, wie gesagt, er blockt den Torschuss mit der Hand. War für mich eine klare Geschichte. Und Laszlo Benic, der in den letzten Wochen auch die Elfmeter geschossen hat, hat den auch reingemacht, flach in die Mitte geschoben. Und, ich weiß nicht, ein viertes Tor in der Saison. Und auch er, jetzt das Gleiche wie bei Järta, war für mich mit einer der besten Spieler auf dem Feld. Das sage ich auch nicht wegen des Tores, sondern weil der Typ einfach überragend drauf ist, ist überall auf dem Platz zu finden. Ackert, rackert, hat gute Ideen, geht voran, ist wirklich in seiner zweiten Saison jetzt beim HSV ein absoluter Führungsspieler geworden. Und nimmt auch diesen Konkurrenzkampf an, da im Mittelfeld. Er kam ja auch dann im letzten Jahr oft von der Bank und hat seine Rolle nicht so richtig gefunden. Kam mit großen Erwartungen, konnte die nicht wirklich erfüllen. Der Typ ist für mich so ein bisschen Spieler der Stunde und in der Form absolut nicht aus der Mannschaft wegzudenken. Da muss ich tatsächlich sagen, wenn Ferrai wieder fit ist, dann geht es darum, ob Reis spielt oder Ferrai. Weil Banish ist einfach überragend gerade. Und da bin ich sehr gespannt, was passiert, wenn sich Ludovic Reis auf der Bank wiederfindet. Oder ein Ferrai, der eigentlich viel zu gut ist für eine Bank. Option wäre, einen Ferrai auf den Flügel zu setzen, aber er ist kein Flügelspieler. Und der HSV hat vier gute Flügelspieler. Mit Yatta, Ötztunali, Dompe, Königsdörfer. Das ist eigentlich auch Quatsch, den auf den Flügel zu setzen, wenn er kein Flügelspieler ist. Also, ihr seht, absolutes Luxusproblem. Naja, das war jedenfalls dann so ein bisschen auch der Halbzeitpfiff, dieses 2 zu 0. Und dann habe ich gedacht, okay, in der zweiten Halbzeit wird es wahrscheinlich ein bisschen Theater geben, ein paar Umstellungen auch in der Hertha-Kabine. Ich habe gedacht, okay, die werden jetzt kein Interesse daran haben, sich weiterhin so vorführen zu lassen, weil in der ersten Halbzeit hat Hertha eigentlich wirklich überhaupt nicht stattgefunden. Da kam gar nichts. Kein Pressing, keine Konter, nichts. Das war sehr, sehr erschreckend, muss ich wirklich sagen. Also, so gut wie der HSV mir gefallen hat, es gibt ja auch immer einen Gegner, der das zulassen muss. Und Berlin war einfach wirklich richtig schlecht. Ja, dann hatten wir im Prinzip einen HSV, der das Spiel sehr kontrolliert hat in der zweiten Halbzeit. Und dann aber je länger die Halbzeit ging, immer mehr so Berlin auch den Ball überlassen hat und gesagt hat, so mach mal jetzt. Kam nicht mehr so viel. In der ersten Halbzeit hatten sie sehr viel Kontrolle. Jeder zweite Ball kam zurück zum HSV. Ich glaube, neun Sekunden haben sie gebraucht vom Ballverlust bis zum Zurückgewinn des Balles. Und in der zweiten Halbzeit hat das Gefühl, haben sie ein bisschen den Fuß vom Gaspedal genommen, haben gesagt, komm Hertha, mach mal. Hertha konnte nicht so wirklich was damit anfangen, wurden eigentlich nie wirklich gefährlich. Es gab so ein paar Situationen, so ein, zwei Torschüsse. Es gab auch ein, zwei Momente, wo der HSV defensiv in die Unordnung gekommen ist. Eine Situation insbesondere in der 67. Minute ist mir das aufgefallen. Da hat Berlin gefühlt zum ersten Mal gepresst. HSV war hinten drin, wollte Spielaufbau machen. Und Hertha zum ersten Mal irgendwie alle Anspielstationen zugestellt, war aggressiv. Und dann wurde es auch direkt gefährlich, irgendwie Ballverlust. Und dann kam Marco Richter direkt zu einem Torschuss. Da habe ich gemerkt, okay, das sind genau die Situationen, wenn Hertha da mehr Mut bewiesen hätte, intensiver ins Pressing geht, dann kriegst du den HSV auch auf den falschen Fuß und kannst ihn zu Fehlern zwingen. Und kannst dann die Defensive in der Unordnung erwischen und auch zu Abschlüssen kommen. Das haben sie, glaube ich, im Spiel nur dieses eine Mal gemacht, so wirklich in der 67. Minute. Und alles, was danach kam, war so spät, dass das Spiel dann auch schon entschieden war. Aber dann plätschert sie das vor sich hin. Berlin wollte, glaube ich, noch einen Ehrentreffer machen. HSV hat versucht, ein paar Konter zu setzen. Und dann kam dementsprechend auch das 3 zu 0 dann in der 82. Minute. Balleroberung von, ich meine, Ramos, der den dann auf Jatta weiterleitet. Jatta steckt ihn schön durch auf Königsdörfer, der dann allein aufs Tor zu läuft. Links neben ihm läuft Glatzl mit und er legt ihn dann, also 2 gegen 0 oder 2 gegen die Torwart-Situation, legt ihn quer. Und der Pass war so schlecht. Also dieser Pass von Königsdörfer, er musste ihn wirklich nur querlegen. Jeder Kreislegerfußball kennt die Situation. Leg ihn einfach quer, aber leg ihn so quer, dass der Stürmer rankommt und nicht der Torwart. Und der Pass war wirklich so schlecht. Das Glatzl kam zum Glück noch vom Hertha-Torwart ran. Musste dann aber wirklich ihn nochmal, musste nochmal so einen kleinen Haken schlagen, um an ihm vorbeizukommen. Und ihn dann flach ins rechte Eck zu schießen. Und auch da war der Torwart noch dran. Also, ja, Schwamm drüber. Tor ist Tor. 3 zu 0. Und spätestens da war das Spiel auch durch. Ich muss sagen, ich habe natürlich jetzt aus leidiger Erfahrung immer wieder bis zur letzten Minute Angst. Weil das ja meistens so ist, dass der HSV jetzt wie auch gegen Karlsruhe so einen sicher geglaubten Sieg dann doch nochmal zum Ende spannend machen möchte. Als wenn das irgendwie Teil des Entertainment-Auftrags wäre, den dieser Verein hat. Zu sagen so, ja, okay, geil, aber am Ende lassen wir es nochmal ein bisschen knapp werden. Ihr dürft euch nie sicher fühlen. Nicht irgendwie in der 70. Minute noch eine Bratwurst holen, weil die Spannung raus ist. Es kann immer noch alles passieren. So ein bisschen kommt es mir vor. Aber am heutigen Tage war es nicht so. Es war wirklich einfach sehr, sehr souverän. Es war die beste Saisonleistung gegen Schalke, war es teilweise auch schon sehr, sehr stark. Aber da haben sie eben auch drei Gegentore zugelassen. Haben beim Stand von 3 zu 3 in Überzahl auch noch eine Chance für Schalke zugelassen. Das muss man natürlich dazu rechnen. Aber jetzt heute war es verdammt souverän. Und nochmal, sie haben natürlich auch so ein bisschen das Glück der frühen Begegnungen in der Saison bekommen, dass sie jetzt gegen eine härter Mannschaft spielen, die sich noch nicht gefunden hat. Die sind mit zwei Niederlagen in die Saison gegangen. Pokal lasse ich jetzt mal raus aus der Rechnung. Und das haben sie gewonnen. Aber zweimal verloren und sind jetzt Tabellenletzter. Haben noch nicht ein Tor geschossen. Ich glaube, die ersten beiden Spiele haben sie 1-0 verloren. Sind jetzt mit null geschossenen Toren auf dem letzten Tabellenplatz. Also, wenn man, oder sagen wir mal so, beim Rückspiel, denke ich mal, wird das eine andere Nummer. Denn die Mannschaft wird sich noch anders aufstellen, vermute ich. Ich weiß nicht genau, wie pleite Berlin ist. Aber die werden ja vermutlich noch ein bisschen Geld generieren, jetzt auch mit Luka Bakio und so weiter. Das ist ja noch einiges in den Ländern. Ich weiß nicht, was mit Serdar ist. Der hat ja auch noch einen Marktwert. Also, ich glaube schon, dass bei Berlin sich noch einiges tun wird. Und ob sie eine Mannschaft zusammenbekommen, die dann wirklich auch um den Aufstieg spielt, wird sich zeigen. Wir erinnern uns an Werder Bremen. Die haben ja auch letztes Jahr geschwächelt und hatten sich auch schon damit abgefunden, okay, das wird nichts mit dem direkten Wiederaufstieg. Und dann kam ein gefälschter Corona-Test oder ein gefälschter Impf-Ausweis oder Impf-Test, Impf-Nachweis. Und auf einmal steigt Bremen noch auf. Also, ich würde auf keinen Fall Hertha nur wegen der ersten drei Spiele jetzt irgendwie abschreiben. Ja, und für den HSV war das natürlich mal sehr erfrischend, nicht zwei oder drei Gegentore zu bekommen. Weil es war in den letzten Wochen ja immer so, sowohl gegen Schalke, diese drei Gegentore gegen Karlsruhe, zwei Gegentore und selbst im Pokal, als sie dann in die Verlängerung mussten und noch drei Gegentore kassiert haben, da war die Abwehr jedes Mal sehr, sehr anfällig. Oftmals irgendwie dann halt nach Ballverlust, was ich vorhin auch schon sagte. Verlieren irgendwie den Ball, stehen aber sehr hoch. Und dann, wenn der Gegner dann mit drei, vier Leuten im Vollspeed auf die Abwehr zuläuft und auch super viel Wiese hat in der HSV-Hälfte, dann wird es immer gefährlich. Sie schaffen es immer irgendwie, den Gegner nochmal einzuladen, zurückzukommen ins Spiel. Und das war diesmal halt nicht so. Es war wirklich bockstark, beste Saisonleistung. Und normalerweise bin ich ja auch echt pessimistisch und finde immer was zu meckern. Aber heute muss ich sagen, war das einfach nur stark, war das einfach nur gut. Wir können uns ja mal nochmal zusammen die Tabelle angucken. Die sieht so aus erfreulich für den HSV. Denn, wir werden sehen, der HSV ist Tabellenführer. Der HSV ist Tabellenführer. Und ich mach's nochmal ein bisschen größer. Grüße gehen raus an kicker.de für eure Tabelle, herzlichen Dank. HSV als Erster, sieben Punkte, zehn zu fünf Tore. Sieht man auch schon, ne? Fünf Tore haben auch noch nicht so viele Leute kassiert. Hannover hat fünf Tore kassiert, Karlsruhe hat fünf Tore kassiert. Gut, Paderborn hat sieben kassiert, Schalke hat fünf kassiert. Aber dann sind wir schon im unteren Bereich der Tabelle. Also wir sehen, die HSV muss tatsächlich auch viele Tore schießen. In dem Fall haben sie auch die meisten der Liga mit zehn, um dann dieser Anfälligkeit hinten so ein bisschen entgegenzuarbeiten. Ja, das sieht auch gut aus. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Morgen spielt ja noch Kiel. Die haben ein Heimspiel gegen Magdeburg. Und wenn sie das gewinnen, dann ziehen sie nochmal am HSV vorbei. Aber für den Moment, glaube ich, können wir ganz happy sein. Bei Magdeburg spielt ja auch ein Sechser, Elfadli, der auch schon seit Wochen beim HSV im Gespräch ist, als Alternative zu Jonas Meffert, der auf der Sechs einfach komplett alleine ist und ja auch oftmals Verletzungen, Wehwehchen hat und immer durchspielen muss, weil es niemanden gibt, der ihn ersetzen kann. Und Elfadli ist ein Spieler, der genau diese Position spielt, auch ein Sechser ist und eben mit Magdeburg auch dieses Ballbesitzspiel kennt. Da ist er Titz, der ehemalige HSV-Trainer. Und der spielt ein ähnliches System wie Walter, also sehr viel Ballbesitz. Und da, glaube ich, hat er eine Rolle auch inne, die man sehr gut übertragen kann auf das Spielsystem des HSV. Aber das ist auch seit Wochen irgendwie eine Geschichte. Er will wohl jetzt den Verein verlassen. Aber ob es jetzt der HSV wird oder ob er irgendwo anders hingeht, keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall auch eine ziemliche Transfer-Posse, die da so ein bisschen nebenher passiert. Ja, den gibt es ja noch, nennenswerten Schalke haben wir natürlich hier auf zwölf, aber die haben morgen auch noch ein Spiel gegen Braunschweig. Wenn sie das gewinnen, ist natürlich mit sechs Punkten wieder, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Also wir wollen jetzt ja auch nicht zu früh irgendwelche Tabellenplätze interpretieren. Denn Pauli hat heute tagsüber 0-0 in Fürth gespielt, sind also mit fünf Punkten nach drei Spielen auch okay gestartet, denke ich mal. Kann man sagen. Jo, das war mal so eine kurze Analyse zum HSV. Ich mache das eventuell häufiger. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, ob ihr da Bock drauf habt, ob ihr das klickt und euch anguckt. Ich habe wirklich oft gesagt, ich mache das und finde sicherlich auch nicht immer die Möglichkeit, direkt nach dem Spiel irgendwas aufzuzeichnen. Denn heute habe ich es mal gemacht. Schreibt mir wirklich sehr gerne in die Comments, ob ihr das häufiger sehen wollt. Wie gesagt, weil bei Bundesliga habe ich keinen Platz mehr dafür und bei zwei Bundesliga ist es einfach viel zu selten, dass wir die Sendung aufzeichnen. Und dann hat sich so viel angesammelt, dass ich so viel erzählen will. Das ist auch blöd. Und ich habe ja einen eigenen YouTube-Kanal. Kann ich das genauso gut hier machen. Also wirklich, ich freue mich sehr über Feedback, über eure Meinung zum Spiel. Wie gut war der HSV, wie schlecht war Hertha? Was geht ab bei der alten Dame aus Berlin? Vielen lieben Dank fürs Zusehen und vielleicht bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Oder HSV? Tschüss.